Ich sag's so wie es ist, das erste Experiment heute bei Clever ist gefährlich und wir trauen uns ja einiges. Wir hatten Tiger im Studio, Elefanten, Alligatoren, Hella von Sinnen war hier und jetzt kommt er. Und dafür haben wir einige Vorbereitungen getroffen. Sie sehen, unsere Zuschauer hier werden mit Atemschutzmasken ausgestattet, denn jetzt wird's gleich brenzlig. Schauen Sie sich das mal an. Dieses Tierchen tut in freier Natur so niedlich. Kleine, süße Nase. Aber wenn es sich aufregt, dann geht's rund. Das ist nur die Drohgebärde, da kommt gleich was hinten raus. Und oh, das stinkt. Das stinkt so wahnsinnig, das kann kaum ein Mensch aushalten. So sieht sie aus, die Stinkbombenattacke eines echten Stinktiers. Und mir stinkt's allmählich, Herr Boni, jetzt sind Sie dran. Tja, meine Damen und Herren, das hier ist Jack, das Stinktier. Also, tatsächlich wurde das üble Sekret, dass das so harmlos scheinende Raubtier aus seiner Analdrüse verschießt, bei einer US-Umfrage auf Platz 1 der übelsten Gerüche gewählt. Noch vor faulen Eiern und vor vollen Windeln. Warum, das werde ich Ihnen jetzt mal demonstrieren. Ich bringe Ihnen den Burschen nämlich mal rüber. So, ab ins Publikum damit. Ja, wie ich sehe, haben alle unsere Gäste jetzt die nötigen Atemschutzmasken erhalten. Zumindest die, die privat versichert sind. Der Rest kann sich nun auf ein lang anhaltendes Duftereignis der ganz besonderen Art freuen. Vielleicht auch nicht, bitte. Jetzt keine hektischen Bewegungen. Denn dann fühlt sich das Stinktier angegriffen. Und das kann seine Analbombe dann bis zu 6 Meter weit verschießen. Und wer von der Flüssigkeit getroffen wird, stinkt garantiert monatelang noch danach. Nee, keine Angst, war nur ein Spessel. Ich nehme jetzt erstmal die Maske ab, denn sonst kipp ich um. Moment mal, ich kann Ihnen vielleicht einfach mal eben das Stinktier überreichen. Würden Sie das mal nehmen, das ist ein ganz liebes Tierchen. Ich was, wenn Sie doch die Maske, dann nehme ich das Stinkgewehr. Hat sich festgehakt. Da kommt zu mir. So. Also, kann nichts passieren. Jack ist seit langem an den Menschen gewöhnt und weiß, dass von ihm keine direkte Gefahr ausgeht. Aber natürlich hat sich auch der Mensch Stinke-Eigenschaften des Gestreiften hier schon zunutze gemacht. Aber wie? Vielleicht werden ja in den USA die Goldvorräte in den Großbanken mithilfe von sogenannten Stinkbeuteln geschützt. Im Falle eines Einbruchs ergießt sich daraus ein naturidentisches Skunkpulver und das Gold stinkt. Möglicherweise wird die Stinktieranal-Molke aber auch von Polizeieinheiten als Abschreckung von Dealern verwendet. Klassische Treffpunkte von Kleingangstern werden mit dem Zeugs behandelt. Und somit wäre es dann ein leichtes, die schweren Jungs von solchen Orten fernzuhalten. Es kann natürlich aber auch möglich sein, dass Skifahrer in lawinengefährdeten Gebieten sich mit kleinen Stinktiersaftflaschen ausrüsten. Und im Falle des Verschüttgehens öffnen sich halt so die Behälter, sodass der Gestank auch noch durch meterdicke Schneemassen von Hunden wahrnehmbar ist. Die reine Wahrheit oder erstunken und erlogen, Frau Edichmann. Das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Wofür wird Stinktierbestand genutzt? A. Zur Sicherung von Gold. B. Zur Abschreckung von Dealern. Oder C. Zur Ortung von Lawinenopfern. Und Hans-Werner ist als erster dran. Ich hätte noch eine vierte Variante und zwar benutze ich so ein Parfum. Und zwar wurde das aus den Schweißdrüsen tibetanischer Bergziegen gewonnen. Das benutze ich immer, wenn ich in der Diskothek bin und viel Platz auf der Tanzfläche haben will. Man könnte auch sagen, du riechst wie ein Olm, aber ist ja egal. Ich würde sagen, wenn es nicht meine Variante ist, würde ich die dritte nehmen. Ja? Ja. Schi Heil, Ortung von Lawinenopfern. Finde ich nicht schlecht, ja. Ich finde, das klingt alles plausibel. Nehmen wir so C für Hans-Werner. Was sagst du dazu, Pascal? Ich weiß nicht, ob die das überleben würden. Die Lavinenrunde. Ich habe keine Ahnung. Aber ich will natürlich auch jetzt nicht direkt bei der ersten Frage genau dasselbe sagen. Ich gehe einfach mal voll auf die Polizei-Abschreck-von-Dealern-Methode und setze einfach mal alles da drauf. Da kommt aber direkt der Sportler durch. Setze alles auf Sieg hier direkt mal dagegen. Aber okay, Abschreckung von Dealern kann auch sein. Gut, gegen das Wissen von Herrn Boning können wir drei hier sowieso nicht anstinken, denn der klärt uns jetzt auf. Herr Boning, bitte. Ja, das hier ist Skunk Shot. Ein künstlich hergestelltes Gel, das nach der chemischen Formel von Stinktilsekret gemischt wird. Und die Polizei in Los Angeles behandelt damit tatsächlich leer stehende Gebäude, um Kriminelle abzuschrecken. Ja, richtig ist Antwort B. So, jetzt wollen Sie hier natürlich alle wissen, wie stinkt denn nun das Zeugs. Herr Dr. Karo, bitte mal öffnen. Klemmt ein bisschen. Wo sich die Fingernägel... Na, das dauert noch ein kleines bisschen. Ja, Skunk Shot verwendet man übrigens in den USA auch, um lästige Fremdhunde und Katzen vom Vorgarten fernzuhalten. Die Chemikalien, die für den üblen Geruch der Stinktierwaffe verantwortlich sind, heißen übrigens Tiole. Sie entstehen auch beim Verwesen von Fleisch und werden durch Wassermoleküle aktiviert. Abwaschen hilft also nicht. Im Gegenteil, es wird nur schlimmer. Stinktierstinke ist so stark, dass die menschliche Nase bereits ein Teilchen des Stinky Stinky in 50 Milliarden Teilchen Luft wahrnimmt. Anders gesagt, in drei Litern Luft riechen wir schon ein Pikuliter. Das sind 60 mal 10 hoch minus 12 Liter Stinktierpipi. Hammer, was? Apropos Hammer. Haben wir noch Fragen am Pult, Frau Elichmann? Toll, schön, dass Sie uns das erklärt haben, Herr Boning. Schön, dass Sie auch gleich zwei Punkte vergeben können. Einen für Hans-Werner, einen für Pascal. Pascal führt jetzt mit 2 zu 1. Ja, und unser Stinktier-Jack. Unser Stinktier-Jack darf hier gleich mal noch eine ordentliche Duftmarke setzen. Und ich wedel mal ein bisschen mit seinem Schwanz für ihn. Das ist auch selten, dass man das kann. Nicht schlecht. Ach, was wird Sie hier alles heute noch erwarten? Herr Boning zum Beispiel riskiert eine echt dicke Lippe und ist dabei total durch den Wind. Er hat sich wieder nicht geschont, um Ihnen Spaß zu machen und was beizubringen. Oh, sieht ein bisschen doof aus. Aber egal. Mal nicht so gemeint, Herr Boning. Ja, und dann ist natürlich noch die Sache mit der Flasche und dem hohen Ton. Probieren Sie zu Hause das doch noch mal aus. Wo ist der Ton denn wohl höher? In der Flasche mit wenig oder mit viel Wasser? Rot oder grün? 01379 44 3030 ist unsere Telefonnummer. Und mit ein bisschen Glück finden Sie den Farbfernseher heute Abend. Und wir freuen uns, wenn Sie gleich wieder bei uns sind. Bis gleich. Und wir freuen uns, wenn Sie gleich wieder bei uns sind.